Hallo und Grüß Henk, liebe Zuseher von Ensthal TV. Eine Immobilie selber zu verkaufen ist gleichbedeutend mit einem sicheren Verlust. Das ist keine gewagte Aussage, sondern eine logische Schlussfolgerung. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in unserer Region war noch nie größer und das Angebot ist demgegenüber eher bescheiden. Das bedeutet für Sie, liebe Zuseher, dass die Aussichten im Verkaufsfalle wirklich ziemlich gut sind. Aber der Unterschied zwischen Verkaufen und bestmöglichem Verkaufen ist mitunter gewaltig. Wenn Sie das Profi-Know-how eines Remax Maklers und all seine Möglichkeiten nutzen, haben Sie die Bestpreissicherheit. Denn mehr Nachfrage ergibt definitiv einen besseren Preis. Höchstmögliche Nachfrage ergibt aber den besten Preis. Mit maximalem Verkaufserlös zu verkaufen ist also ganz einfach. Remax erzeugt die höchstmögliche Nachfrage und Sie sind der Gewinner. Garantiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Zuseher. Euer Fabio von Remax. Das Haus Sonnenfeld 7 sucht neue Eigentümer. Die Expertin von Remax nimmt die Sache in die Hand, lässt anpacken und auf Vordermann bringen. Prüft die Akten, checkt die Fakten, optimiert den Preis, rührt die Werbetrommel, weckt das Interesse, findet die besten Käufer, klärt die Details, bekommt das Ja und ein Bussi. Remax Nature in Lietzen und Schlagmengen. Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause. Und nun unsere Kurzimmobilien der aktuellen Woche. Unser Objekt 1. Ein preiswertes Wohnhaus mit Nebengebäude in Gans bei Heflau. Als ein oder zwei Familienhaus nutzbar, circa 200 Quadratmeter Wohnfläche, 900 Quadratmeter Grundstück, zentrale Lage und zwei Garagen. Der Kaufpreis 95.000 Euro. Und unser Objekt 2. Eine Kleinwohnung in Rormus mit den Annehmlichkeiten eines Viersternhotels. 30 Quadratmeter Wohnfläche. Lift-Hallenbad-Nutzung komplett möbliert. Als Zweitwohnsitz möglich. Der Weg vom Bett auf die Skipiste ist ein kurzer. Der Kaufpreis 149.000 Euro. Und schließlich unser Objekt 3. Neubauwohnungen. Schöne Wohnung mit Grimmingpanorama in Irtning. Wohnflächen zwischen 55 und 100 Quadratmeter in sonniger Zentrumslage. Zweitwohnsitz möglich. Nettokauf für Anleger ist möglich. Die Übergabe erfolgt im Frühjahr 2019. Der Kaufpreis auf Anfrage.